Was wünschst du dir, dass es schön weiter geht und es geht schön weiter, dass unsere Nachwuchs, dass die stehen in den Stadlöchern und die öffnen ihre eigenen Praxen und es genau so ist es, damit man die Außenwelt zeigt, ja, von innen kann man sich heilen und wir brauchen keinen Schnickschnack von außen. So machen wir das und das zeige ich, kann jeder sehen, es gibt einmal im Monat die Gelegenheit vor einer Gruppe sich behandeln zu lassen, man kann es selber lernen, also es gibt für jeden Geschmack, für jedes Phänomen im Körper gibt es eine Lösung, es gibt eigentlich hunderttausende Lösungen und du brauchst ja nur nehmen das, was du dir passt.